PVT-Kamera – Pressure Vibration Temperature Camera Wir befinden uns in der Abteilung Forschung, Entwicklung und Innovation von Micalor, in der eine PVT-Kamera steht. Ein programmierbares Gerät führt kombiniert Zyklen von Druck, Vibration und Temperatur durch. Hier werden Extremsituationen simuliert, die den Erfolg der Schlauchschellen von Micalor bestätigen. Die Flüssigkeit kann einen Schlauchinnendruck von bis zu 20 Bar erreichen. Das Gerät erlaubt uns ebenfalls Vibrationstests. Es können Oszillationsfrequenzen von bis zu 80 Hertz erreicht werden. Außerdem können Umgebungstemperaturen zwischen 40 Grad Celsius unter dem Gefrierpunkt bis 150 Grad Celsius plus erzielt werden. Die oben genannten Tests sind ein Garant für die erstklassige Qualität der gesamten Palette an Schlauchschellen von Micalor. Auf Wiedersehen! day 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 Untertitelung des ZDF, 2020